Hey, wusstest du, dass die Bäume miteinander reden? Wie das denn? Im Ernst? Über die Wurzeln? Ist doch cool, oder? Mama ist wirklich sehr, sehr weit weg. Da müsste man mit dem Flugzeug hinfliegen. Lange. Und dir wird immer schlecht beim Fliegen. Siehst du? Wir machen uns das hier nett. Okay?